Ich weiß nicht von wo. Direkt am Zaun. Habe ich. Einen habe ich. Warte, weiter, bleibt ab. Der kommt. Sag, wenn du geworfen hast. Ich habe schon geworfen, aber ich rubberband hier gerade durch die Gegend. Der Nade explodiert nicht. Er rennt, er rennt. Ich bin das. Ich bin um die Ecke rum. Oh no. Oh no. Der hängt immer noch dahinter. Ich bin jetzt auf der Baustelle. Ja. Der muss immer noch hinter diesem Häuschen, wo es runter geht, hängen. Links davon sind Bücher, da kann er nicht durch. Und also er slow walked. Er rennt nach hinten weg. Er rennt weg. Oh mein Gott. Ich glaube, der ist bei mir close. Ey, ich fahr voll drauf. Der ist an der Ecke. Ja, ich habe ihn. Nice. Aber ich komme. Ey, ich. Ich auch. Ich stand in der Luft. Meine Nate stand in der Luft. Oh mein Gott. Er ist halt ohne Boost Sound zu machen, ist er halt einfach da um die Ecke gekommen. Er stand dann auf einmal da vorne, wo er eigentlich... Sorry, Doc. Ich guck jetzt mal. Ja. Alles gut. Ich hör dich jetzt noch laufen. Ich bin jetzt noch nicht raus. Super. Oh, jetzt. Ah, ich habe ihn hinter der Ecke gekillt. What? Hä? Also... Ihr habt ja meine Killcam gesehen. Er stand halt hier vorne. Und jetzt liegt seine Leiche einfach hinter dem Ding. Ich kann ihn ja nicht looten. Kann ich searchen. Okay, ich guck erst mal, dass ich... Ach, jetzt geht's. Pang... Pang hung. Pang hung beng cheng.